So, und willkommen zurück wieder zu Anno 22.5 und ich habe schon ein bisschen hier gebaut, seht ihr. Diese kleinen Saftkältereien passen wunderbar in so kleine Lücken, deswegen war ich ehrlich gesagt sogar ziemlich froh darüber, dass hier so eine kleine Lücke entsteht. Und diese Obstplantagen, die sind etwas länglich gestrickt, dementsprechend langgezogen, können wir sie auch bauen. Und da kann ich den gerade auch mal weiterbauen. Wichtig ist hier natürlich ein großes Verhältnis. Hier haben wir gerade Vitamindrinks minus 44, ist klar, weil wir so viele Leute haben. Und die Früchte sind jetzt nicht so wichtig, wenn die einen Überschuss haben. Sie sollten aber auf jeden Fall keinen, nicht ins Negative fallen, denn ansonsten habt ihr zwar erstmal durch den Lagerüberschuss, den wir haben, eine konstante Produktion. Das heißt, wenn wir hier beispielsweise plus 10 haben, aber hier minus 5 oder minus 2 oder auch nur minus 1, ist das quasi nur eine Zeitbombe. Denn sobald das auf 0 fällt, bzw. der Lagerbestand dann auf 0 fallen würde, würden wir in der Kälterei auch... Ach ja, wir hatten ja diese halte 5 Minuten so und so viele Arbeitskräfte. Ja, dann würde das hier natürlich zuerst mal 100% produzieren, ist gar kein Thema, solange Lagerbestand da ist, aber dann irgendwann eben nichts mehr produzieren, bzw. weniger auf 80 oder 70% sogar runterfallen. Und dann ist der plus 15 Überschuss, den wir haben, ganz schnell weg auf minus so und so viel. Und dann kann uns das wirklich böse ins Knie brechen, denn haben wir jetzt hier Administratoren bzw. Manager oder was auch immer dann die nächsthöhere Stufe ist, wo der Vitamindrink ein wichtiger Bestandteil ist, brechen uns diese ganzen Einnahmen oder diese ganzen Siedler weg. Das heißt, die generieren erstmal keine Credits und dann natürlich ziehen sie aus und es geht zunächst niedrigeren oder noch niedrigeren und so weiter und so fort. Das möchten wir tunlichst vermeiden. Ach, das habe ich ja vergessen, die kosten ja mehr. 4, 3, okay, das reicht. Nee, reicht nicht. Das ist ja ein bisschen unangenehm. Naja, egal. So. Also, wir brauchen Energie, wir brauchen bald auch Algen. Oder eigentlich brauchen wir jetzt sogar schon Algen für die Verjüngungskuren. Und... Kann ich eigentlich alles noch umbauen? Kann ich eigentlich? Sollte ich eigentlich auch? Hier habe ich mich ein bisschen nach unten verbrightert. Förderung nicht bezahlbar. Achso, ja, weil, weil die Bau-Bots... Warnung, menschliche Ressourcen ungenügend. Menschliche Ressourcen. Verachten Sie, die Global Union erlaubt den Bau ihrer eigenen Orbitalstation. Bedingungen werden gesendet. Oh, Tatsache. Geil. Äh... Das ist gar nicht so ungut. Kann wir den auch quer... Oh, geil, den kriegen wir nicht quer hin. Fuck! Das darf doch nicht wahr sein. Es ist ja jetzt ein bisschen nervig, dass wir den nicht quer hinkriegen. Oder längst, besser gesagt. Aber wenn ich den jetzt hier hin... Wenn ich das umbauen würde... Ich warte am besten, bis der fertig ist. Aber das braucht 250 Energie. Ne, das geht nicht. Dann würde ich den nämlich hier hin basteln. Und... Polizeistation und Infozentrum. Was wir später brauchen werden. Genau, kann ich noch nicht bauen. 2.500 Administratoren brauchen wir dafür. Naja, jedenfalls kommt das auch noch mit dazu. Wir brauchen eigentlich... Wie stehen denn die Vitamindrinks? Wir brauchen Kohle. Ja, kommen Sie rein. Was gibt's? Vitamindrinks stehen auf 47. Gleich geblieben. Will die keiner haben? Scheinbar nicht. 47. Die Baubots haben 78. Wäre ja bescheuert, wenn ich die Vitamindrinks verschicke. Aber ich kann auch nicht mehr herstellen, weil ich den hier in die Ecke gedrömelt hab. Der läuft auf 93%. Weil nicht genug Leute da... Der passt hier nicht mehr hin. Das heißt, wir können... Das hier machen. Ist meistens nicht schlecht hier. Das war jetzt sehr bescheuert. Ich hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist. Los, deine Stimme ist wichtig. Ich konservier dir auch gleich. Das hier haben wir alle. Upgradet. Den kleinen können wir jetzt upgraden. Und dann haben wir minus 51. Minus 20. Ja gut, das war dann... Mal kurz lieber. Lasst mir mal kurz den... Ihr könnt die natürlich auch verändern. Ihr könnt mehr einkaufen bzw. verkaufen oder weniger ein- oder verkaufen. Das ist in dem Falle dann ganz euch überlassen. Oder das Zeug immer wieder sofort löschen. Das ist auch kein Thema. 14, 18. So, dann brauchen wir hier... Weiß ich nicht. Nehmen wir den da hin? Könnten wir eigentlich auch da unten in die Ecke machen. Ich füll mit den... Mit den Safttrinkherstellern eigentlich immer so... So kleine Ecken aus. Wenn das denn möglich ist. Oh, das ist doch schon mal gut. Oh, das wäre so geil, wenn das hier jetzt richtig reinpasst. Das würde ich steigen. Ah, komm schon. Oh, komm schon. So, 12. Dann können wir hier nachbauen. Wie gesagt, effektives Bauen finde ich immer toll. Und ich mag das nicht, wenn hier immer so kleine Ecken frei sind. Das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Gut, hier war das jetzt nicht anders möglich, leider. Und hier wollte ich dann wieder... ...die Reisplantagen anfangen. Das passt nämlich hier genau in die Ecke. So. Haben wir für den Notfall nämlich hier vorgesorgt. Minus 22, minus 19? Wieso denn so viel? So. Warnung! Energienetz überladen. Ja, 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 das kommt noch. Das kommt noch. Ich habe hier... Kann ich hier... Ich bekomme doch... ...nämlich... ...mehr Strom von den Dingern. Und die sind wesentlich günstiger. Jetzt der Rest, dann kann ich den nämlich auch wegpacken. ...und hier noch ein bisschen weiter bauen. So. Haben wir... Hier käme einer hin. Es ist nicht die für eine Firma. Dann nehme ich die beiden. Ach, scheiben. Wenn Honig. Das geht auch nicht. Das ist schade. Aber... ...das kriegen wir auch noch hin. Basteln wir nämlich die... ...kundenanalysen zeigen. Unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, ja, ich... ...das passt schon. Das kriegen wir ja. So, dann haben wir hier nämlich... ...könleute. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, Juan. Neue Gebäudearten verfügbar. Ja, ja, Gebäude. Oh, genau. 2500 Arbeiter haben wir jetzt. Sehr schön. So. Was denn? Vielleicht basteln wir den auf die andere Seite. Den dann da hin. Und dann kann ich... Ah, gucken wir mal. Wir werden die Firma sein wieder. Wie wäre das denn? Wenn ich jetzt hier... ...das würde sogar passen. Fangen wir von unten an. So, du kommst weg. Die Module sind nämlich etwas lang. Minus 11. Na, guck an. Dann reicht das hier nämlich vollkommen aus. Was hier auf 0 rausgeht. 281 Prozent. Wahrscheinlich genau ist es trotzdem... ...eine Minusgeschäft. Menschliche Ressourcen ungenügend. Warnung. Menschliche Ressourcen ungenügend. Warnung. Energiemangel. Ja, kommt noch. Lass mich doch mal umbauen, Mensch. So. Kommst du mit da hin? Der kommt da hin. Und das passt jetzt trotzdem nicht. Aber wir haben trotzdem genug Energie. So. Und jetzt gucken wir uns wieder den Weltmarkt an. Denn... ...wir können... ...mehr von den Dingern verdrömeln. Ja, plus tausend. Das ist doch gar nicht mal so unangenehm. Ja, ich komm schon. Ich heile, ich fliege. So. Wie schaut das aus? Minus 13, minus 10. Das wird ja immer angenehmer hier. Ja. Aber wenigstens haben wir ja jetzt den Platz. Das heißt, wir können upgraden. Oder auch nicht. Weil... Nein, nein, nein. Ähm... Ja. Neue Baupläne verfügbar. Ich hab langsam das Gefühl, dass ich... ...doch eine... ...gezeiten Kraftwerk brauche. Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. Ich weiß, dass der Energiebedarf nicht deckbar ist. Das kannst du... Das ist schon gut. Fuck den mal. Äh, siehste? So, das geht schon mal. Aber der wird das wahrscheinlich wieder. Äh, ja. Der wird das wieder. Da hatte ich... Ne, da hatte ich keinen mehr. Das war mir nicht ja... ...weggegangen. Basteln wir die Straße noch ein Stück weiter. Hoffentlich bis zum... Genau. Tut mir leid, aber in dem Falle... ...ging's nicht anders. So, 220 Leute fehlen. Äh. Doch, genau. 220 Leute fehlen. Das ist richtig. So. Das war... ...dieses. Die beiden müssen das... ...nochen kriegen. ...dann haben wir... ...dann haben wir... ...dass hier. Ich sollte vielleicht langsam mal anfangen, andere Dinge zu bauen. 220, 200... ...dass ist der... ...fährt auch nicht bezahlbar. Na, ist das denn die Möglichkeit? 183... ...da könnte ich auch noch dazu bauen. So, na komm. Füllen wir mal einfach die Lücken auf. Sofern uns dieses denn möglich ist. ...dass da noch eine... ...und dann ist das so ein Schuss. ...dass da noch eine... ...und dann ist das so ein Schuss. ...dass da noch eine... ...und dann ist das so ein Schuss. ...dass da noch eine... ...und dann ist das so ein Schuss. ...dass da noch eine... ...und dann ist das so ein Schuss. ...dass da noch eine... ...und dann ist das so ein Schuss. ...dass da noch eine... ...und dann ist das so ein Schuss. So, effektiv Scheiße gebaut. Aber wir sind fast auf Null raus. Hust. Und hier ein Ausbildungszentrum. Ja, das Ausbildungszentrum, das kommt noch. Keine Gedanken. Ach, hier haben wir ja auch noch so ein Energie... Das habe ich ja ganz vergessen. Vielleicht... Brauche ich den doch nicht. Da muss ich mal... Gleich nachsehen. Dass die sofort alle ausziehen. Was soll das? Wieso geht das denn nicht? Wir waren auf 60, Mann. Wieso ziehen immer mehr Leute aus? Wir haben noch genug. Das ist 50 minus 63. Das ist eigentlich der Unterschied. Ja. Das Schlimme ist, das bringt der jetzt auch nicht so viel. Neue Erfolgsebene erreicht. Die Erfolgsebene ist toll. Das ist zu weit, dass ich hier am Platz... Drei. Denn ich muss... Hier hin. Irgendwann. Also nicht jetzt, aber irgendwann. So. So. Plus Null. Aber... Das ist immer noch minus 16. Achso. Wenn wir genug... Äh... Ah ja, okay. Das macht... Dann... Aber auch nicht so viel Sinn. Wo bekäme ich da? Da bekäme ich was? Aufstehen, arbeiten, nach Hause gehen. Ja ja, es ist toll. Ich möchte das jetzt aber gerne... Hier abschließend haben. Das bedeutet, ich bastle den jetzt hier so ganz runter. Und sollte denn hierfür... Kampfstationen einnehmen. Alle Zugänge blockieren. Niemand darf entkommen. Oh. Okay. Äh, äh... Höhö. Rufen Sie Ihre Flotte. Flotte, Zustelle beordert. Okay. Beschlagnahmt Ihre Waren Wasser. Weil wir die Früchte seiner Arbeit gestohlen werden. Also, hier brauchen wir sie. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Toll finden soll. Wo ist denn meine... Meine Flotte? 30 Sekunden. Okay. Das ist jetzt erst mal... 250, 260. Wieso... Wieso wird das jetzt immer weniger? Also, wie ist die... Flotte, trifft ein. Wo denn? Da unten. Waffensysteme bereit. Also, das ist neu. Und ich habe keine Ahnung, warum jetzt hier die ganzen Leute abhauen. Das kotzt mich jetzt ehrlich gesagt ziemlich an. Gerade. Bleibt doch an, Mann. Was soll denn das? Ja, ist super. Mach uns doch platt. Weil meine Leute nicht angreifen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Bestätigt. Wie blöd ist das denn? Ich kann nichts reparieren. Ich kann gar nichts machen. Volle Kraft voraus. Roger. Vakuum-Ordinaten bestätigt. Ja, wenig Energie. Stell dir mal vor, die ganzen Leute laufen weg. Ich verstehe das nicht. Haben die jetzt auf einmal eine dreifache Reichweite, oder was? Roger. Ich meine, es ist toll, dass es eine Katastrophe ist, aber warum ziehen die ganzen Leute aus? Wahrscheinlich, weil alles leer ist. Roger. Haben wir in den Sektor gekommen und alles geleert. Das ist an. Ressourcen gab. Wo ist jetzt mein... Wo sind denn... Super. Geil. Bestätigt. So, genetische Schilde. Roger. Verstanden. Das ist jetzt, dass das repariert wird, oder dass das gebaut wird? Ich glaube, es ist ein Schilde. Das Schiff wird repariert. Drei Minuten. Das heißt also, man bekommt sie alle ersetzt, welche man hier verliert. Also sofort ersetzt. Okay. Sind unterwegs. Volle Kraft voraus. Fünfzehn Schiffe. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf, 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 zwölf. Okay, man muss wohl nicht alle Schiffe kaputt machen. Wenn ich das jetzt richtig sehe, nur 15. Offensichtlich sind da mehr als 15 Schiffe unterwegs. So, suchen wir uns mal die 15 kleinsten. Weil diesen fetten Totenkopfkreuzer, den packe ich nicht an. So. Koordinaten bestätigt. Das haut auch nicht ab, Mann. Jetzt bin ich doch schon fast da. Im Gange. Im Gange. Bestätigt. Volle Kraft voraus. Ich finde das gerade so witzig, dass die schneller sind als ich. Und ich einfach nicht an den Penner rankomme. LoL, ist das dein Ernst? Oh, damit hat sich das dann erledigt. Also, so viel zu den Plünderungen und allem anderen. Ach, warum wohl? Vielleicht, weil ich nicht genug Leute hab. Könnte denn vielleicht sein. Boah, du bist so ein Banane-Tipp. Da habe ich wohl einmal eine Flotte gehabt. Also, läuft gut. Muss ich sagen. Wir haben ein Schiffchen wieder, das wahrscheinlich sofort umfällt, wenn es nur angehustet wird. Aber, passt schon. Warum soll das irgendwie anders sein? Da brauchen wir mal 20 Minuten. Müssen wir mal warten. Ich beende das Kackteil einfach jetzt hier, weil das geht ja mal gar nicht. Also, naja, ich muss jetzt 20 Minuten warten. Wahrscheinlich bin ich jetzt tot. Weil, äh, wir sehen ja, ich verliere jetzt ganz viel Zeug und so weiter und so fort. Und, äh, ja, entweder mache ich in der nächsten, äh, Folge dann wieder alles von neu. Weil, man kann's ja. Ich wollte's ja nicht anders. Ich wollte ja alles schwierig. Oder wir haben noch ein paar Minuten übrig. Je nachdem. Und ich krieg's doch noch auf der Kette. Äh, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zugucken. Und, ähm, wenn's gefallen hat, lasst ein Like da. Äh, ich freue mich, euch beim nächsten Mal auch wieder berücksichtigen zu dürfen. Und, ansonsten, haut rein, nicht so fest und bis denn dann. Ciao.